Er gehört dir allein, Bruder. Adler, du kommst spät. Das war's. Dein krankes Experiment endet hier. Zwölf. Neunzehn. Vierzehn. Spar dir die Mühe. Ich bin clean. Wie schade. War ein Versuch wert. Meine Aufgabe war schon vor deinem kleinen Aufstand erledigt. Das ändert gar nichts. Sag mir, wo Perseus ist. Du verstehst es nicht. Perseus ist keine Person, sondern ein Ideal. Größer als wir alle. Erspar mir den Schwachsinn. Wo zu Hölle ist Perseus? Genau hier. Er starb 83 an Krebs. Nein. Ein großer Mann mit einer großen Vision. Er war nicht der erste Perseus. Ich bin nicht der letzte. Du kommst mit mir. Du hast Blut an den Händen. Große Worte von der Geißel von Verdansk. Fick dich. Ich war nicht bei Verstand. Das ist deine Schuld. Ihr Bestenländer. So zimperlich. Sieh, wo wir hier sind. Das war die Ostfront. Das Blut von Millionen kränkte überall diesen Boden. Männer und Frauen, die den Preis für das bezahlt haben, was getan werden musste. Du bist ein Monster. Ich sollte dich für deine Taten umbringen. Für das, was du mir angetan hast. Mein Leben ist unwichtig. Tu, was du willst. Beende, was du auf Rebert Island begonnen hast. Die Übertragung war vollständig. Ich habe die Welt verändert, Adler. Du kannst es dir nicht mal vorstellen.